Hallo Leute, Willkommen zurück bei Part 3 Mal von Grand Phantasia, ne? Ja, und wir sind immer noch... Ja, okay, Steven ist wieder dabei. Ja! Jetzt wollte ich gerade wieder seinen Nachnamen sagen, aber sag ich jetzt nicht. Ich glaube, Paul würde sich Frauen... Paul würde sich Frauen... Frauen! Ja, nein, nein, nein. Ha, 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 fail. Paul würde sich freuen, wenn ich das gesagt hätte. Also, okay, wir drücken auf Ruhe und lassen. Ich glaube schon. Aber, aber, das wäre, das wäre ziemlich fies gekommen. Ja, das wäre das, das für ihn, ne? Okay, los, also müssen wir hier leider um die Quest in Dorf abgeben. Ich finde da unsere nächste Quest. In Chukterdorf, ne, in Chukterdorf. In Chukterdorf. Weißt du, was ein Chukterdorf ist? Nö. Das ist in Russland so ein kleines Lillipotaner Dorf mit, äh, das sind so ganz kleine Lillipotaner Chinesen. Ohhhh... Jetzt müssen wir 15 Viecher kennen. Echt? Ich habe doch nicht gewusst. Ich hab da ja nie gewusst. Ich will ein bisschen aber die Punkerschweine kennen und ich hätte die Bucht keiner. Weil die ja auch nicht Palestinian. Guck mal, du hast du schon wieder vergewaltigt. das geht doch gar nicht tut mir leid Leute wisst ihr was Geiz ist geil ich freue mich schon auf Let's Play Battlefield Bad Company 2 mit Paul und hier ich mich auch schon da hat mir mein Punkt der hat mir mein Moppkistil der Wechsel hat mir mein Moppkistil Mann mein Mann mein Wischmopp hat er mir gestillt es gibt gar nicht Enrich ist zurückgekehrt und ich bin gekommen Prozent er wird sich so scheiß an müssen der End von den Bucht haben jetzt soll gehen wir auf äh ist das jetzt Achso, nee. Trainieren, Schwert, bam. Warte, ich kill noch einen Douglas ein. Yeah. So. So, wie heißt der? Serdo, ne? Serdo. Serdo. So, erdo. Serdo. 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 Ja, genau, das ist unser kleiner Serdo hier, ne? Ja, jetzt muss man eigentlich in Kaslo. Dann da hier rein, weil ich kenne die Quest hier schon auswendig. Ja, eigentlich schon. So. Abgeben. Serdo. 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 So, jetzt haben wir auch MVTG. Jetzt gehen wir zu unserem Serdo. Oh, hm. Ey. Taaah. Rupata. Ebene von Kaslo. Oh, jetzt hat man ja automatisch hier so ein Buch, ne? Das kotzt so an. Ja, aber das ist jetzt, wenn du in jedes Dings reinkommst, das ist voll dumm. Na ja. Kann man ja wohl nicht ändern. Was? 3 von 6, okay. Hat F halt so gemacht. Ich bin ja der Paul Pancha, ne? Ich bin Paul Pancha. Ja. Ja. Ja, ich bin ja der Öl. Was? 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 Das ist nicht mehr witzig. Die unten. Oh, ja. Okay, jetzt ist weg. Oh, jetzt ist Paul Pancha. Bip. Bip. Oh, buck Moto. Bip. 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 Da war ein total geiler Drinner. Der hat genau zu einem Panzer nachgemacht. Ja, mein Name ist Monotox, ne? Mein Name ist Monotox. Ach so... Mist... ...es... Hä? Hä? Da kommt dann mit Tiger an so... Und dann so gleich in Kassel und der so... Ja, mit meiner Axt. Mit deiner Axt. Eine Holzfäller-Axt. Die haue ich dir ins... nein, nein, ins Bein. Kopf! 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 Hey, guck mal, die Idee hat der Gilder der 63er Bär. Ey, das wird ich. Was bist du? Den 63er Bär. Okay. Ich hab jetzt keine Quellen hier auf. No, man bekommt dir keine Quellen mehr auf. War das nicht anders? Hast du ne Quest ankommen? Nö, du? Nö. Alter, die haben's abgeschafft. Alter, die waren ja davor schwanger und dann haben sie die Quest einfach abgeschafft, weil sie das nicht mal finanzieren konnten. Oder wir müssen Level 9 sein. Nein, die waren zu geizig uns die Quest zu geben, weil wir zu schnell waren. Oh, schade. Das... das tut mir aber... aber leid. Ich geschafft es und... Yeah! Ey, ey, wisst ihr, Leute? Leute, pass auf. Wir... wir machen jetzt erstmal einfach so ne Scheiße. Wir tanzen jetzt erstmal, ne? So, hier voll... Guckt euch mal die Fratze an, ey! Das ist so... Das kann ich aber auch. Hotton! Voll die Fratze, ey! Und einer meint das voll die... voll die Piep! Voll die Piep Piep! Yeah! Alex nimmt sich hier die Quest an, beim Jäger. Ah ne, die haben sie auch abgeschafft. Ja, siehste, sie waren alle schwanger und dann haben sie es abgeschafft, ne? Hm... Ich kenne mich jetzt ein Viehchen. Oh, es reicht doch nicht bis zur Schwertstufe zählt. Level Up! Ah, jetzt wir die Quest machen, komm! Ich bin mir... du glaubst es nicht, aber mir fehlen... 5 XP! Du bist ja gar nicht Level Up! Ja, mir fehlt 5 XP jetzt! Jetzt komm... Ich komm nämlich mal zurück, ich hab Angst! Hm... Hä, wohin gehst du, Alex? Grasland, Alter! Ah! Jetzt... Jetzt hat er die... Quest! Bist du... Bist du im... In... In... In Guslo? Ja! Jetzt hat er die Quest! Na siehste, jetzt war er aber so plötzlich wieder schwanger, ne? Wie durch mal ein Zauberreich! Jetzt hat er wieder sein Bierbauch! Sein Bierbauch! Dort lager dir die kalten Kinder, ne? Sobald du... Was? Ich bin beim Grasland-Altau und geb die... diese Scheiß-Mongolaner-Kress ab! So... Letztlich gehe ich da wieder hin! Gaslo! In Guslo! Da ich aktivier hier Martin Seelenkrist kann nicht, dass ich Blaubucht komme! Na und... Ich hab das dumm! Ich hab das dumm! Hier ist Ben! Wo ist Ben? Ach ja, ist er mit Blue Hawk drin? Ja! Das würde ich grad zur E-Map gehen! Insel Angoya ist er! Ja! 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 Das ist das... Der war nicht lustig! So! Ich bin da... Ebener von Gaslo... Alter der Pall ist schon wieder vorbei! Wir trödeln ja voll! Alter! Hört euch das mal an! Geht aus? Hä? Den hab ich jetzt nicht verstanden! Das vibriert voll, ey! ich bin du kriegst dann übernimmt ja meine beklärt den brater unter sein oder unter ihre unterhöschen ne ja aber meine hat schön das darfst du doch nicht erzählen wir sind doch noch kleine Kinder was kleine was Kinder ich bin jetzt nicht auf dem Hau kleine Kinder ja sie ist so dass er das ist Leute Leute hätte ich hätte die nicht der Elbe gibt die ich den Tausendet ist leichter und so weiter aber auch wenn das eigentlich wird das sein Prozent ich werde noch sein er sein die YouTube-Königere einschreiben wir hier ein Postmann macht sich mal weg ich habe keinen Weg das alle gelöst ich habe noch ein welches dann das Volk oder was Prozent der David Goldmann Pustau das Jan Kruze das Kürzchen ja okay dann würde ich sagen ich um ja ich lass das jetzt auch mal jetzt hier so mit Let's Plane und setz mich einfach mal hier schön hin und ja wir sehen uns Leute bis zum nächsten Mal bei von nein wie bei 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 Steve und Alex die Geheimhüter jetzt wüsst ihr es